Also, sein Q ist gleich, sein W ist auch gleich, sieht halt bloß ein bisschen optisch anders aus. Sein E macht jetzt Magic Damage, er blockt aber immer noch, denke ich. Bei seinem Ulti kriegt er dann quasi so einen AOE-Effekt und alle, die da drinstehen, da kriegt er dann Bonus Amor und MA. Und er sieht anders aus. Und was wichtiger ist, seine Passive, die er ja durch die Ulti bekommt, dass jeder dritte Auto-Attack extra Damage macht, macht dann während der Ulti-Aktivierung jeden zweiten Attack Damage. Also, ist schon krass, ne? Also, mit Level 6 wird er ja richtig stark. Sein Model ist aber gleich geblieben. Okay, krass, das ist interessant. Also, mal gucken. PBE ist Jacks jetzt live. Mal gucken, wann er denn live kommt. Wahrscheinlich so in ein oder zwei Monaten. Aber er bleibt interessant. Ich finde die Änderungen ganz nice bislang. Das ist das 0-LP-Master-Game. Wenn ich jetzt verkackt, bin ich wieder in Diamonds. Oh, nein, Alter. Ich wollte doch nach Grandmaster-Chat. Warum kriege ich immer die ersten Hitze ab? Ich verstehe es nicht. Oh mein Gott, Hilfe. Seve, danke dir für den Follower, Amigo. Oh mein Gott. Ich muss außen rum, weil er wird schießen. Er wird hier sein. Ohne Witz. Ich spüre das gerade richtig. Ich wusste es! Holy shit! Oh mein Gott! Oh, und wir haben jedes Mal den bekommen. Und seinen Q-Damage gedodged. Alter, let's go. Leute, das ist Brainpower. Das ist fucking Brainpower. Ich wurde so oft schon geschießt. Oh, jetzt geht's los, Mann. Ich sag's doch, Leute. Eieieieieieieie. Eieieieie. Okay, er ist noch in der Lane. Das geht, was geht. Ich spiele gerade mein… Decay-Game, kann man das so nennen? Weil wenn ich jetzt verliere, die kille ich. Boah, das war gerade echt closer als gedacht. Ich dachte, ich kille ihn da. So, ich muss ihn jetzt diven. Ich weiß, er hat sein Schild. Aber ich schaffe das. Ich schaffe das. With the power of friendship. Oder ich reset. Ich gehe keine Risk ein, oder? Ich gehe eine Risk. Gehe ich die Risk ein? Er hat nichts mehr, er hat nichts mehr. Ich muss schneller pushen. Wie viel Schild kriegt der Chat? Wie viel Schild kriegt er? Oh mein Gott, nee. Hat sich erledigt. Okay, wäre Level 4 gewesen, dann hätte ich ihn. Ich hätte ihn gedivet. 100% Wäre mir scheißegal gewesen. Warte mal. Ich mache das jetzt. Okay, er geht base. Nice. Warte, warte, warte. Ich sehe es. Und so geht man ahead, Leute. So geht man ahead. Backpot angefakt. Backpot angefakt. Zack. Level Advantage. Er verliert jetzt... Sagen wir 3 Minions an XP vielleicht. Sehr schön. Warte, warte, warte. Oh mein Gott. Habt ihr den Wall Jump gesehen? Holy shit. Ich überrasche mich jedes Mal selber. Holy shit. Digga, was war das für ein Wall Jump, Mann? War natürlich... Also, ne? War natürlich geplant, aber... Geil. Ja, nice. So, er ist wieder am Leben. Wir können jetzt leider nicht noch für eine Ding screenen, obwohl ich echt Bock drauf hätte. Äh, wir müssen jetzt back. Tempotechnisch ist das wichtig. Okay, er ist back gegangen. Das heißt, wir fast pushen jetzt auf jeden Fall die Wave. Ganz schnell. So schnell wie möglich rauspushen, weil dann verliert er halt nochmal was. Und... Ich sage, dann können wir jetzt nochmal back in. Die nächste Wave ist keine Cannon Wave, aber trotzdem, er verliert wieder eine halbe Lane. Äh, eine halbe Wave, so. Oh, Olaf, Mitte? Das heißt, wir müssen ganz schnell rauspushen. Aber richtig zackig. Na? Okay, pass auf. Ich greife den einfach an. Nichts egal. Ich wusste, das ist ein Flash. Er hat nämlich vorhin schon geflasht. Und, äh, Spieler haben halt ihre Gewohnheiten und er macht genau dasselbe nochmal. Nice. Wollen wir mal abwarten. Ja, ich schaff das nicht. Sorry. Da ist es wichtiger, jetzt die Platten zu nehmen. Nice. Oh, das ist ja wohl ein scheiß Wort, Jan. Holy shit. Ich sehe gar nicht, ob der Red Up ist. Er kommt jetzt hier lang. Turret Plating will soon fall. Oh. Einfach mal den Gegner lesen wie ein Buch. Easy. Das ist ein gutes Game. Ja, auch in dem Game hat man richtig gut gesehen, was das ausmacht, einfach mal so kleine Waves Advantage zu haben, die sich dann halt aufstecken, weil wir sind jetzt schon zwei Level über ihm. Okay, Ionium Boots, zack. Ich hab Bock. Ich mach's trotzdem. Man kann nicht sagen, dass was scheiße ist, nur weil's mal geändert wurde, wenn man's nicht selber ausprobiert hat. Das heißt, wir testen jetzt einfach weiterhin Hydra. Ja, wir haben Ult für Ult getradert. Schnell weg. Ja, gegen Leona und so hab ich keine Chance. Richtig geil, Alter. Ich geh super ahead, man. 160 Farms nach 16 Minuten. Motherfucker. Let's go, Alter. Stell'n Farm-Rekord auf. Ja, lass mal Hydra gehen. Dann gucken wir einfach, ob das Item noch gut ist. Ja, da sieht man mal, wie wichtig das ist, zwischendurch immer mal wieder Jungle-Camps zu farmen. Weil normalerweise würde man so eine Stats halt nicht bekommen und deswegen haben Challenger-Spieler halt auch immer so viel Farmen. Die gehen immer, wenn sie irgendwo hingehen, an einem Camp vorbei, machen das Camp schnell. Zack. So, je fetter man ist, je mehr Items man hat, desto schneller kann man die Camps dann auch machen. Obviously. Und ich bin halt die ganze Zeit in der Sideline dieses Game, weil mein Team halt sehr ahead ist. Der Hydra ist einfach ein geiles Item, man. Was wurde genervt bei Hydra? Der Omni-Vamp ist komplett weg. Olaf versucht jetzt verzweifelt Plays zu machen. Muss er auch. Aber ich kann mir dafür die Top-Man holen. Ganz entspannt. Bois. Gimme, gimme, gimme. 600 Gold, motherfucka. Nice. Mein Team stumpt sich einfach durch. Okay. Easy. Also wirklich, wenn ihr Lainer seid, die wichtigste Mechanik, die ihr beherrschen müsst, ist erstmal Last Hitten. Last Hitten farmen. Ganz, ganz wichtig. 206 Farben nach 18 Minuten. Let's go. Aber das war gerade eine absolute Team-Lift. Wir haben die komplett überrannt. Ja, Master gehalten. So wichtig, Chat. So wichtig. Wir machen jetzt hat nach 8 Minuten, is. hot. So wichtig, Bis. Bis zum nächsten Mal.